Die Acer Aspire Timeline X Notebooks 3830T, 4830T und 5830T kombinieren bisher unvereinbare Produkteigenschaften. Sie sind extrem flach, extrem leicht, bieten eine extrem gute Performance und erreichen dabei dennoch eine extrem lange Akkulaufzeit. Die Acer Aspire Timeline X Notebooks setzen dabei auf die zweite Generation der Intel Core i3, Core i5 und Core i7 Prozessoren, die ihre Leistung noch intelligenter an ihre Anforderungen anpassen und für ein brillantes Multimedia-Erlebnis sorgen. Die Intel Hyper-Threading-Technik sorgt dabei durch Multitasking für mehr Leistung und kürzere Wartezeiten. Darüber hinaus verfügen ausgewählte Modelle mit Intel Turbo Boost 2.0 sogar über eine integrierte Übertaktungsfunktion, um bei Bedarf noch mehr Leistung zur Verfügung zu stellen. Obwohl leistungsstarke Komponenten für beste Performance eingesetzt werden, erreichen die Acer Aspire Timeline X Notebooks durch ausgefeiltes Energiesparmanagement eine Akkulaufzeit von bis zu rekordverdächtigen 9 Stunden und ermöglichen damit einen ganzen Arbeitstag mobile Leistung. Die in der Timeline X-Serie verbauten, neuen und besonders langlebigen Akkus halten zudem bis zu 1000 Ladezyklen stand. Die Timeline X-Serie bietet nicht nur Multimedia-Genuss in HD, sondern eignet sich auch für ambitionierte mobile Gamer, die im Arbeitsalltag Abwechslung mit aktuellen Spieletiteln suchen. Für besonders anspruchsvolle Grafikanwendungen sind ausgewählte Modelle sogar mit einer modernen und leistungsfähigen NVIDIA GeForce GT540M Grafikkarte mit 2048 MB dedizierten DDR3 VRAM erhältlich. Diese Grafikeinheiten sind DirectXL-fähig und unterstützen somit die neuesten Grafikfeatures, um selbst topaktuelle Spieletitel und hochkomplexe Grafiken darzustellen. Dabei tragen sie durch die NVIDIA Optimus-Technologie zusätzlich zur Energieeffizienz bei, indem sie die hervorragende Grafikleistung nur dann zur Verfügung stellen, wenn sie sie brauchen. Dies passiert völlig automatisch und sie profitieren von einer längeren Akkulaufzeit und einer erstklassigen Grafik ohne manuelle Einstellungen vornehmen zu müssen. Die Acer Aspire Timeline X-Notebooks werden mit einer Premium-Ausstattung ausgeliefert, darunter modernster und schneller DDR3-Arbeitsspeicher, welcher auf bis zu 8 GB erweitert werden kann, und bis zu 750 GB große Festplatten, die viel Platz für die eigenen Daten bieten. Ausgewählte Modelle verfügen über ultraschnelle Intel Solid State Discs für noch rasantere Ladevorgänge. Das moderne Wireless-Modul nach dem Standard N funkt mit bis zu 300 Mbit pro Sekunde. Ausgewählte Modelle bieten auch Bluetooth 3.0 und ein 3G OMTS-Modem, um über das Mobilfunknetz auf das Internet zugreifen zu können. Diese Notebooks sind in drei Bildschirmgrößen verfügbar. Das Aspire Timeline X-3830T ist das kleinste und leichteste Modell mit einem 13,3 Zoll HD-Bildschirm, während das Timeline X-4830T ein 14 Zoll HD und das Timeline X-5830T einen 15,6 Zoll HD-Bildschirm besitzen. Die beiden großen Modelle verfügen auch über einen integrierten DVD-Brenner. Für eine hervorragende Optik setzt Aspire in der Timeline X-Serie auf ausgesuchte und besonders hochwertige Materialien. Das neue Design in Ice Blue mit eloxiertem Displaycover aus Aluminium steht schön im Kontrast zum silberfarbenen Tastaturbereich mit schwarzen Tasten. Es zeugt von Qualität und schlichter Eleganz. Um die Optik noch weiter aufzuwerten, wurde eine Chiclet-Tastatur mit einzeln ausgeschnittenen 19 mm großen Tasten gewählt, die zudem ein hervorragendes Schreibgefühl bietet. Das Timeline X-5830T-Modell verfügt zudem noch über einen erweiterten Nummernblock. Durch das Multi-Gesture-Touchpad kann man darüber hinaus schneller durch Webseiten, Dokumente und Bildergalerien scrollen, sowie einfach hinein- und hinauszoomen. Eine Besonderheit in diesem Segment sind die in einem Aluminium-Frame eingelassenen Dolby Home Theater-Lautsprecher. Mit ihnen können HD-Videos und Spiele an den neuen Acer Timeline X-Notebooks nicht nur visuell, sondern auch akustisch in perfekter Qualität genossen werden. Ein weiteres besonderes Feature bieten die Acer Aspire Timeline X-Modelle für mobile User. An der USB 3.0-Schnittstelle können zum Beispiel Smartphones und andere Geräte mit USB-Ladefunktion aufgeladen werden, ohne die Notebooks einschalten zu müssen. Ausgeliefert werden die Acer Aspire Timeline X-Notebooks nicht nur mit Windows 7 Home Premium 64-Bit, einer Vorinstallation von Microsoft Office 2010 Starter und einer Menge Zusatzprogrammen, sondern auch mit der innovativen Software Clearfy. Clearfy ermöglicht eine einfache Integration in das heimische Netzwerk und kann über die intuitive Oberfläche nicht nur Fotos, Musik und Videos von der eigenen Festplatte aufrufen, sondern auch von anderen PCs, Smartphones, Tablets oder Homeservern im eigenen Netzwerk. Wer auf der Suche nach der perfekten Kombination aus extremer Leistung durch neueste Technik und extrem hohen Akkulaufzeiten von bis zu 9 Stunden ist, wird mit dem enorm hochwertigen Design der neuen Timeline X-Serie einen Begleiter für den multimedialen Alltag finden, der die Blicke auf sich zieht. Timeline X – More Than Just Time Timeline X – More Than Just Time